ja moin willkommen zurück zu die outbound ghost wir haben ein paar freunde gefunden der detektiv der uns eigentlich ins kittchen schicken wollte weil er dachte wir sind ein serienmörder oder wir sind der serienmörder jetzt auf unserer seite weil anscheinend haben wir amnesie amnesie wir können uns an nichts erinnern und wir sollen jetzt zu einem freund von denen gehen der auch amnesie hat um irgendwie zu überprüfen das stimmt was wir haben glaube ich und dafür müssen wir an die küste auch nicht haben wir das auch im letzten in der letzten folge bekommen ich glaube ja wir haben ja neuen fick neues figment neues party mitgelegt sozusagen wir sind am strand der strand ist daher ganz unten links sind wir wenn wir hier rein und es gibt neue gegner du siehst uns zwei von den jungs okay info wir haben 999 die fans hat aber wir müssen dies dann war ja ich glaube wir müssen die stand dort also entweder können wir irgendwas doch nicht oder Okay. Oops. Magic Strikes ist halt am besten. Halt mir noch einen aus, ja. Ich habe mir das Gefühl, ich verstehe was nicht. Und tschüss. Okay. Grey Game Livestee, weil, hey, können wir nicht speichern, das Feuer ist ein wenig richtig an. Okay, wir wollen natürlich hier rein. Sit. Bäm. Haben wir wieder ein Sneak Attack? Nein. Was ist mit dir, Minion? 21 Defense. Oh. Okay. Okay. Müsste reichen. Pam. Nur 8 Schaden, aber wow. Level 9. Geil. Okay. Weiter. Ach, habe ich, ich habe nicht geguckt, ob ich Skills bekommen habe. Ne. Ne, ne, ne. Open. Okay. Smoke Bomb. Aber eine Truhe anscheinend. Kann ich da nicht? Sieht so aus, als ob ich da eigentlich weiter könnte. Vielleicht kommt man da von hinten irgendwie noch hin. Sehe nichts leuchten. Links ist ein Gegner. Aspect Game. Ja, gut. Tag, kleiner Mann. Bäm. Auf die Phrasen. Gucken wir, was Magic Strikes hier macht. Äh. 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 Wohl. Okay. Wir können einen Turn 1 killen. Das ist doch gut. Was ist mit Swift Hit? Fuck. Bam. Gibt es hier nochmal meine Defense? Moment mal, was? Defense 30. 97, 98. Was heißt das? 98 Turns oder was? Also Runden hat er dann den Buff. Wie geht das denn? Ich weiß es nicht. Äh. Hier können wir aber runter. Da können wir dann auch, äh, noch weiter. Hab ich gesehen. In dem Gras. Äppel. Uh. Okay. Aspect, Aspect Game. Brauchen wir ja. Um alles zu craften. Oh. Ah. Hier kann man sich an den anschleichen. Bam, Junge. hier. Das ist ein Chunker. Ei. Okay. Erstmal den Healer. Oh, wow. Okay. Body Slam. Äh, ja. Okay, schön. Den Healer weg. So muss das. Au. Holy. Oh Gott. Äh, ja. Oh, er ist zuerst dran. Au. Ähm. Ja, wir müssen uns heilen. Okay, das reicht nicht. Oh mein Gott. Ähm. Wir müssen ihn angreifen. Damit er weg ist. Au. Wieder. Jetzt sind wir aber tot. Äh. Häusenpok. Greifen wir den anderen an. Dankeschön. Nochmal Heilung. Äh. Ist die Frage. Wie ist denn? Seine Leiste ist irgendwie gar nicht vorhanden. Fuck. Ist der F, Mann? Zur Hölle? Kann er nur heilen? Fuck. Magic Strikes vielleicht? Ah, scheiße. Wir brauchen diesen Sun Skill auf jeden Fall. Oh mein Gott, ey. Okay. Keine SP mehr. Okay. Jetzt haben wir wieder SP. Ähm. Bringt das was, wenn ich jetzt... Ja, bringt es. Verteidige einfach mal. Okay, das war sehr gut. Kleinen wir ihn nochmal. Okay. Ähm. Weil jetzt können wir nämlich zweimal Magic Stri... Ah. Vielleicht einander machen. Ah, fuck. Äh. Dann geht die Sun Leiste nämlich höher. Weil wenn die Gegner an... Hä? Hä? Warum konnte ich nicht zweimal hintereinander angreifen? Ich bin verwirrt. Okay, jetzt haben wir es aber. Okay, ich kann nur noch... Aber nur noch angreifen. Wow. Huh. Das war der erste schwere Kampf, ey. Aber... Der ist jetzt wieder am Start. Okay. Ah, warte mal. Party. Ah. Oh, fuck. Ah, okay. Mhm. Alright. Hier haben wir jetzt... Eine Truhe mit Lockpicks. Ach, hier konnte man gar nicht nochmal andersrum hin. Okay. Ich meine... Ja, ich weiß, ne. Es gibt hier die Buffs und so. War ich hier drin? Hier war ich drin, ne? Ja. Aber... Ich meine... Ich musste mich ja die ganze Zeit heilen. Es wäre ich halt tot gewesen. Ach so, hier kann man gar nicht weiter. Wir müssen eh hier lang. Hehe. Kann ich hier... Dann hier hoch. Ah, hier ist ein Speicherplatz. Das habe ich gar nicht gesehen. Apparition Skills. A strange book that allows you to forge aspects that allow users to use skills from the depths of their memories. Okay. A strange book that allows you to forge vampiric aspects. Oh. Meet your hard hitting skill allows the user to use a skill that reduces the target's healing. Okay. Ich kann Gegner weniger heilen und Gegner sind stärker. Ja. Basic attacks heal 20% of damage dealt. Oh. Ja. Producers HP by 30% and power by 10% but basic attacks lifesteal. Hm. Weiß nicht. Ich hätte halt Miner Defense oder Defense down von Gegnern. den Meteor oder Lifesteal. Nehmen die Debuffs und den Meteor. Ja. Respawn all apparitions. Ah. Okay. So kann man leveln, wenn man will. Okay. Okay. Kann man optional alle wieder beschwören. Also alle Gegner. Das ist cool. Ähm. Moment. Ah ne. Hier kann ich forgen. Genau. Anti Meter. Ah ne. Das war. Done Break will ich auf jeden Fall einmal. Mhm. Sorry. Dann Meteor. Ich kann aber nur Meter oder meiner Power down. Ja. Meteor. Mit meiner Healing down auch. God damn it. Ähm. Nein. Muss ich das jetzt hier reinpacken? Ah ok. Mhm. Ich glaube ich einen Power up 1 raus. Meteor rein. du ja er kann erst als supporter und kann dann leute stand meiner healing down brauche ich glaube ich noch nicht okay so wir können wir noch rein ach okay jetzt können wir hier aus dem anderen raus verstehe ist sinnlos aber gut aber hier ist doch bestimmt was apfel speichern da kommt ein gegner ich sehe es auf der map der sieht mir aus als ob der viel schaden macht aber wenig aushält oder und holy shit ist das kalt geworden ihre geht eigentlich meiner power trip ist ja doch der macht schaden diese three strikes und basic damage will man direkt meteor machen stand break etf ist ekelhaft noch einmal macht nur 18 schaden dass er voll scheiße muss ich noch mal an wem anders ausprobieren so 18 schaden macht dinge komplett kacke können wir nicht rein er sieht uns von da oben mit fuck er hat uns jetzt angegriffen wir machen ihn weg ja swift hit hier mit dem attack ich dachte es macht mehr schaden aus irgendeinem grund ja gut aber du bist jetzt weg bang 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 was ist jetzt hier nochmal mit meteor es ist so schwer zu treffen wir haben nicht wenn die fans nicht darüber machen von gegnern leider das werde ich gut eins geht zu skippung zu wenig pink game und water droplets hier da oben warum es ist los es verbagt help gehen nochmal speichern oh mein gott darum ist das ziel unserer reise ach man kann hier einfach runter ich glaube ich muss das spiel neu starten ach du scheiße ja ich würde sagen ich beende die folge hier ja das spiel ist hat noch ein paar bugs anscheinend vielen dank fürs einschalten ich hoffe es hat euch gefallen beim nächsten mal gibt es cutscene am anfang schätze ich bis zum nächsten mal ciao